Seid ihr hier im Haus? Wo seid ihr? Seid ihr im Schlafzimmer? Wir wollen euch hier nicht. Wir wollen euch hier nicht. Geht aus dem Schlafzimmer. Seid ihr weiblich? Seid ihr männlich? Bist du alleine? Bist du ein Kind? Bist du aus einem anderen Haus? Bist du aus einem anderen Haus? Hast du dich verlaufen? Warum gehst du nicht? Geh aus dem Schlafzimmer. Geh aus dem Schlafzimmer. Bist du jetzt im Schlafzimmer? Bist du jetzt im Schlafzimmer? Bist du in der Ecke? Nee. Hast du Angst vor uns? Sag, was du hier willst. Bleib stehen. Geh weg. Warum hast du mich gekratzt? Geh weg. Die ist geschaut. Willst du mir was Besseres antun? Stelle ich dich in Schlafzimmer? Wer bist du? Hey, was willst du hier? Hast du mich geschubst? Hast du mich geschubst? Hast du gestern aufs Bett gekrabbt? Warum sprichst du jetzt nicht? Hast du Angst? Was hat das Kratzen dir zu viel Energie gekostet? Das ist dein Pech! Fass mich an, los! Fass Biene an, wenn du dich traust! Oder klopf laut! Ich hab dich nicht verstanden! Klopf lauter! Willst du mit mir reden? Ich hab dich nicht verstanden! Lede bitte lauter! Flüster mir ins Ohr! Bist du feige? Tanggi! Du hast die, dass du mit mir nicht Americanisch genutzt erinnert! Ich hab dich nicht verstanden! Geh dich nicht verstanden!